Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um Quantenzahlen. Seht euch diesen kleinen, hübschen, hoffnungsträchtigen Menschen an. Er verfügt über viele Eigenschaften und vielleicht sind das sogar unendlich. Aber mit unendlich soll man sparen. Daher möchte ich danach ein Fragezeichen setzen. Und das in einer Klammer. Ein Elektron unter vielen Elektronen in einem Atom verfügt hingegen nur über vier ganze Eigenschaften. Wohlgemerkt nur über vier. Zum Schauen dieses Videos benötigt ihr nicht viele Vorkenntnisse. Ihr solltet die Grundlagen des Atombaus beherrschen und wissen, worum es sich bei chemischen Elementen handelt. Mein Ziel ist es, euch in diesem Video mit den vier Quantenzahlen bekannt zu machen und sie euch einer anschaulichen Interpretation zugänglich zu machen. Das Video habe ich in acht Abschnitte unterteilt. 1. Mensch und Elektron 2. Die vier Quantenzahlen 3. Die Hauptquantenzahl 4. Die Nebenquantenzahl 5. Die Magnetquantenzahl 6. Die Spinquantenzahl 7. Das Pauli-Prinzip 8. Zusammenfassung 1. Mensch und Elektron Wir haben schon im Prolog gesehen, dass es dramatische Unterschiede in der Anzahl der charakterisierenden Eigenschaften zwischen einem Elektron innerhalb eines Atoms und einem Menschen gibt. Der Mensch wird durch praktisch eine unbegrenzte Anzahl von Eigenschaften charakterisiert. Für ein Elektron im Atom benutzt man dafür ganze vier Eigenschaften, nämlich die Quantenzahlen. Da ein Mensch aus vielen, vielen Elektronen besteht, ist der Zusammenhang zwischen beiden Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Gute Bildung, zu Hause 6. Die